Wir stehen hier gerade beim neuen Box-Event von Trimax tatsächlich und es ist schon wieder soweit. Der erste Contestant ist bereit. Herzlich Willkommen, Tag 1 von der Gamescom. Und du bist ready in den Ring zu steigen. Let's go! Boah, ich freu mich mega, ey! Es ist Mittwoch, es riecht in den Messehallen wieder extrem, extrem. Und wir gehen jetzt zu Maxify, spielen eine Runde Hyden Seek um hoffentlich 200.000 Euro, damit dieser Messebesuch für mich gelohnt hat. Let's go! Um wie viel Euro geht's heute? Wie viel willst du haben? Nein, sag mir ehrlich, um wie viel geht's. Entscheide ich gleich spontan. Nein, sag bitte jetzt, um wie viel Euro es geht. Eine Million. Sag es mir doch bitte jetzt einfach, ob es sich lohnt für mich vernünftig zu verstecken oder nicht. Hab Spaß einfach. Ist noch zu, ne? Jaja, klar. Die Tür war ja auch zu. Hey, wir haben jetzt genug getroffen. Jasmin! Jaaa! So reicht's. Ehrlich jetzt. Jetzt suchen wir gerade ein Versteck, Jungs. Ich werde mich zu Hype als Verstecken tatsächlich. Guck mal hier. Da bin ich ja hier. Die haben mein Gesicht quasi nur mit der Hydenfrisur. Warum siehst du da so hässlich aus? Warum siehst du jedes Mal so hässlich aus? Fuck! Ich werde Tobi grad von Tonette kommt und ich... Ich werde Tobi grad von... Ich werde nicht Tobis Arsch... Wenn... Ich werde nicht... Hey, bist du dumm? Ich spiel mir besser vor, Geist. Ich hab mein Bildschirm wieder gefuckt, das ist kaputt. Bruder! Hey, wer hat dich denn verarscht, Digga? Ja, Bruder, du beim Vorgeist-Turnier. Wenn du jetzt ne Brille anziehst, du darfst dich keiner Grundschule näher als 50 Meter nähern. Ehrlich jetzt. Ey, ich hab immer gedacht, dass wirklich nur Kevin die Shirts trägt. Aber tatsächlich gibt's noch andere Leute, holy shit. Hey, ich hab einfach ein Foto mit Chef Strubel, let's go! Hey, Bruder! Hey, Bruder, Chef Strubel hier. Ich feier das Video auf Twitter mal weggerostet, Bruder. Ja. Jetzt kommen wir mal zu jemandem hier, der sich auch mal ein bisschen Mühe gibt. Ja, auch mal was für die Community tun. Hey, Bull an der Stelle hier. Wie geil ist es bitte, ja? Quick-Taste-Test vor allen anderen. Sehr, sehr geil. Wir probieren jetzt mal die neue Red Bull Edition. Ja, ihr habt ja auch schon getrunken, ne? Ernstgeil. Boah, die ist wild. Die ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, mein Geld? Mein Geld? Mein Geld? Weil ich das gesagt hab. Okay, stell das raus. Okay, Jungs, kommt mal zusammen. Da vorne steht Drinks. Wir haben jetzt wieviel Uhr? Haben Sie mal kurz Uhrzeit? Ja, gleich zwölf. So, wir sind schon zwei Stunden drüber. Was ist, wenn wir uns jetzt einfach richtig volllaufen lassen? Dann an jeden Stand gehen. Versuchen, maximal viel Profit zu machen, indem wir so, ja, so eine Top-Franche zum Beispiel mitnehmen. Für unsere Halle einfach auch ein paar Sachen. Echt schön. Leicht angetüdelt quasi. Versuchen einfach möglichst viel Ärger hier zu machen. Wenn man wissen will, wie man Dinge auf dreisteste Art und Weise umsonst bekommt, dann muss man jemanden fragen, der sich schon sein ganzes Leben durchschnorrt. Deshalb haben wir diesen Typen mit dabei. Das Ziel ist es, Hausverbot am ersten Tag zu bekommen. Bruder, du lebst seit vier Jahren auf dem Regelnast, obwohl du 10.000 Euro jeden Monat verdienst. Das bezieht immer noch Hartz IV. Das ist unfassbar dreist. Wir gehen rein. Okay. Ich hätte gerne eine Tasse und den Bär. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Geil. Perfekt. Der Tay ist super. Man muss alles mitnehmen halt. Ich bin ja nicht dumm. Ich gehe hier nicht mit Minus raus. Komm, ich bin die Jungs auf Wasser. Jetzt sind wir fast im Ring gelandet. Wir haben auch gar nicht verstanden, dass wir da raus gekommen sind. Ja, wir gehen nur kurz gucken. Einmal kurz gucken. Hose dich hier drin, ne? Dankeschön, ne? Ciao. Jetzt lohnt es sich wirklich, ne? Habt ihr ein paar Dekortikel, die ich stehe? Das habe ich von dem Gegenüber von euch gestohlen. Super, Dankeschön, ne? Alter, wie geil. Schönen Tag. Mach's gut, ciao. Die Tüte wird langsam mal gut, ne? Cool. Applaus. Meinst du, sie sieht cursed aus? Ich gucke bloß deine Seele und die Schwert. Danke schön. Oh, that's really nice. Hey, kitzle den Leuten an den Beinen da. Oh mein Gott. Das Ding ist ja, voll viele Leute freuen sich ja, wenn sie Kevin sehen. Ein paar Leute freuen sich auch, wenn sie mich sehen. Aber Kevin und ich freuen uns sehr, wenn wir Thomas sehen. Und das ist wirklich, das ist der Moment. Das ist der Moment. Wir gucken wirklich fast jedes Video im Stream, ehrlich gesagt. Es kommt direkt rüber zu mir. Meine Community sagt, ich guck's mir an, ich freu mich sein. Geil. Ist doch wunderbar. So ein Ding machen wir daraus. Und jetzt kaufe ich mir die Pyramide. Oh. Oh, oh. Hier, man sieht meine Nasen nach. Eine vertraute Stimme kurz? Ja, das ist meine Mutter. Das ist nicht, das ist mein loses 100 Bull am Leben. Das ist krass für sein zu. Sehr, sehr geil. Das ist auch so geil. Ich hab euch auf den Jägermeister-Shop getrunken, kein Witz. Warum macht er das? Let's go, Junge! Das hast du unterschrieben! Jetzt legt sich Revi noch mal dazu! Hör mal auf jetzt, Marc! Es reicht! Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt hier auf unsere Gratis-Dachen wiederkommen. Wir müssen mal gucken, dass wir unser Ziel hier nicht aus dem Auto verlieren. Wir brauchen möglichst viele Gratis-Artikel von der Gamescom. Jetzt müsst ihr spielen. Okay, ich würd zwei Minuten spielen, ja? Okay. So, es geht ja hier um das Haus zu bauen. Ich denk mal, das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns jetzt hier kurz in den Betonmischer reinsetzen. Das ist ja mal bei Astra, man kann keine Menschen ohne Zeit überfahren. Wir können's versuchen, aber ich glaub, das geht nicht. Ja, ne. Okay, ich hab genug gespielt. Das reicht. Ja. Okay, wir haben gespielt. Ja, dann gibt dir ein Maßband. Let's go! Dübelgeil! Oh, denk aber, das ist wirklich geil! Ausmessen! Ich seh mich hier! Das ist meins, das gehört mir. Das sind meine Schlüsselwänder. Ich will nicht noch mal Schlüsselwänder. Wir gehen. Wir bringen Schlüsselwände. Ah, verpasst! Schade! Schade! Dann müssen wir leider gehen. Kurz eine Runde mit. Ja, egal! Scheiße! Aus einem geilen Tag nicht mit ihr weg. Hey, wer das sonst ist? Boah! Dann hör ich jetzt nicht auf zu essen. Das hättest du nicht sagen sollen, ne? Darf ich probieren? Darf ich noch mal probieren? Nee. Ich hab den Geschmack nicht richtig wahrgenommen. Ja, dann kannst du da noch mal probieren. Danke dir. Das kostet aber dein Geld. Genau. Also, man muss halt sagen, alle Leute hier übertrieben am Gaunern, am Kniestern, am Kleistern, Digga. HyperX einfach mal wieder. Kann man nicht anders sagen. Also, alles andere hier. Da braucht man auch gar nicht erst reingehen. Wir schauen jetzt niemanden Besonderes an. Lohnt sich nicht überall. Sag ich ehrlich, ne? Ich schwitze wirklich überall und sogar da. Nicht mal wo ich wusste, dass ich schwitzen kann. Das ist es. Rebby can't see the lasers. You have to tell him where the lasers are. Ich glaube, ich lass ihn extra reinlaufen. Das ist legit impossible, ehrlich. Boah, krass! Ich bin zu dumm dafür. Achtere mal dein Headset! Ja! Okay. Let's go! Ja! 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 Wir haben eine TikTok-Legende neben uns stehen. Leute, ich bin jetzt gerade erst angekommen, ne? Ich bin heute Nacht hergefahren. Aha! Ich leite dir an den Tag von Haar. Ich hab schon hohen Überschuss auf dem Tag los. Ja! Welches Tier kann bis zu 100 Mal in der Stunde Sex haben? Ist es Antwort A? Marc Eggers! Hahaha! Warte! Im Endeffekt kann man sich nicht beschweren. Denn wir gehen mit Plus raus. Ich krieg nämlich ein Get On My Level-Paket zugeschenkt. Und ich würd sagen, das war's jetzt hier von der Gamescom. Interessanter Fun Fact am Ende. Lenny hat nen 20cm Schwanz. Das war's von diesem Video. Hau da rein, ciao! Das Ziel ist es, Hausverbot am ersten Tag zu bekommen.